Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute mal wieder ein neues Video. Wir werden wieder die Mikroraumstation umbauen, maßfähig machen, dazu brauchen wir sehr viel Treibstoff, wie ihr sehen könnt. Noch dazu zwei von den Frontier-Triebwerken hier, damit wir auch ein bisschen mehr Schub haben. Und ja, das ist im Grunde die ganze Mission, wird ein recht kurzes Video. Ich würde sagen, halten wir uns nicht lang auf und fliegen mal los. Ich würde sagen, halten wir uns nicht lang auf und fliegen mal los. Das kann nur ein paar Sachen machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020